was kommt das hat sich überall angehört als wenn jemand geklopft hat gucken wir mal was hier so ist im moment ach du scheiße oh nee ich nehme einfach mal hier das alte was ja hat jemand geklopft war ja hat mal gehört ne ja es bringt nie was man sagt ich probiere so gegen 10 fertig zu sein ich bin mir aber nicht sicher ob ich es schaffe weil es um 10 Uhr fertig sein um halb 10 ne wir haben schon 22.10 Uhr also so ist es ja nicht 22.06 ja bei mir ist 22.08 wo bist du denn jetzt gerade ich lauf ein bisschen ich habe einen Schleim gefunden dann schleim dich bei ihm ein ich höre ihn hören ist gut sehen ist besser stimmt irgendeinem hat zugebaut hm 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 ich hab keine ahnung wo der schleimige Schleim ist schleim scheiße ja schluchten scheiße apropos schlucht raten wir wo ich bin in der schlucht ich habe auch so ein ding hier in der nähe gefunden glaube ich glaube ich zu wissen reisen wir hätten es nicht oh tolle wust ach du scheiße hier war wohl wer lol hier ist wie so ein durchgang wie durchgang ja hier ist wie so ein durchgang wie so eine ja keine ahnung so ein ich weiß nicht wie man es nennen soll smaragde gefunden nicht schlecht ich leuchte erstmal alles aus hier den rest nämlich später oh man so jetzt nehme ich hier das eisen mit ja das sah echt schon aus als wenn hier wirklich schon mal jemand gewesen wäre gerade ich habe mit schleim gehört ja sag ich ja hier ist fackel hat der jetzt echt alles miteinander verstrickt ja das ist halt ich soll mir natürlich mal wieder hier die kohle einnehmen das ist natürlich klar was sonst hier sind wir hast du was gefunden was du wieder erkennst das ist natürlich gut und creeper ganz viele creeper das hat geblendet ja warte ich habe hier gerade noch einen kohle vorrat den ich eben abbauen möchte mhm in der weite suche ich deinen namen da ist er da bist du oder keine ahnung ob du mich siehst ich höre dich aber du bist voll weit weg eigentlich du hörst mich ja ich höre du hast einen creeper gehauen ne nein hä der muss dann irgendwo runter gefallen sein anscheinend ich habe niemanden geschlagen ich bin gerade Cola am abbauen währenddessen kann ich niemanden schlagen mhm sooo fertig jetzt darfst du tp jo ah moment stopp ich habe den schleim gefunden mhm geil warte du bist genau über mir warte wirst du auch ein enderman mhm ne über mir bin ich nicht ich habe auch smarag gefunden ja doch doch dann bist du bei mir ja ich bin bei dir aber ich bin unter dir ah ja da ja warte warte oh nein 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 hi tach aber ich würde da weg gehen ne warum weil der enderman auch noch irgendwo ist ja ich höre nämlich den schwachkopf so ich bin ja ah ich habe ihn den enderman ne den schleim sooo ja den habe ich gerade auch schon gefunden hassmaragd naja man hört und damit wäre dann ein schwert kaputt kaputt ist der enderman äh ja na ich habe den enderman gefunden ja du und enderman ja du und enderman das bin ich doof ey neiiiin neiiiin zippier mich bitte schnell ja warte ich lauf da ein na nie ja ja ühhh was war denn das ne wo war denn das s'it Was ist hier oben? Ja, hier. Okay. Stopp, 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 stopp. Wo bist du denn jetzt? Guck nach oben. Hier unten war der Slime. Ja, da war der Slime, aber ich... bin ja da gewesen, wo der Enderman war. Ja, musst du finden. Hier in der Stelle bin ich zu dir gekommen. Ich hab schon. Der ist immer noch da, der ist immer noch da. Dann gucken dich an, wo ist er. Ach da. Ich höre ihn, ich höre ihn. Tot. Warte, komm hier runter, hier unten. Ich weiß eben, wo er. Ja, ich hab hier noch Sachen. Wo ist meine Axt? Da, Spitzerküter. Ich bin übrigens fast tot. Oh, ich hab zumindest den Esmaragd wieder. Ein Vorteil. Andere Schaufel, Snick. Ja, Schaufel hab ich gerade eine aufgehoben. Ah, okay. Was denn du jetzt? Warte, ich komm zurück, bleib einfach da. Hier ist nur ne Sackgasse mit Kohle. Oh, doch, keine Sackgasse. Ja, TP dich, TP dich. Gold. Sehr schön. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich stehe gerade an einem Teilstück. Was sind das? Nee. Keine Ahnung. Oh, hier sind die da. Ob ich hier auskomme. Oh, verdammt. Wir sollten aber bei zwei Stunden mal, oder in zwei Minuten eigentlich mal aufhören, oder? Ja. Na ja, wir sollten, ich denk mal, aber wir werden hier in der Höhle Schluss machen. Dann können wir aber nix mal weitermachen. Ja, dann sollten wir nur recht bald Esmaragd weiter machen. Hast du Esmaragd, oder was? Schon wieder, ja. Na gut, mitnehmen. Dann sollten wir nur, ähm, recht bald wieder in die Höhle gehen, ne? Ja, ja. Ah, okay, warte, ach du nicht, ich dir fehl' mich. Oh, komm du zu mir. Na, mach mal kurz. Ich hab hier Hypergun gefunden. Ah, nee, Hypergun. So, hi. Bleib da. Hm. Oh, oh. Naja, okay. Sack, das ist gut. Bevor ihr fragt, ja, ich hab die Kohle gesehen. Aha. Warte, ich hab nur einen Punkt. Warte, ich suche nur einen Punkt, wo ich auch weiß, wo ich bin. Ja, gut, ne, wir können ja hier einfach aufhören, das ist ja kein Thema. Ne, 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 ich will einen Punkt haben, wo ich weiß, wo ich bin. Da ist noch ein Enderman, toll. Ich bleib hier stehen, ich geh hier in... Ja, hier ist gut, hier kann man aufhören. Ja, ja, hab ich auch vor. So, hey, bleib da, komm her, komm. Jo. Ähm, ich mach einfach mal, okay? Ja, würd ich sagen. Ähm, ja, Leute, dann, ähm, das war unsere, das war unsere schöne Aufnahmesession, die anderthalb Stunden ging. Äh, von Let's Play Minecraft Together mit dem... Hypergon. Und dem... Xenorx, Ilyas. Bum, bum. Genau, ja, ähm, wir haben ganz nette Sachen erlebt hier und werden dann das nächste Mal genau dort weitermachen. Richtig. Oh. Ähm, ja. Da, da, da haben wir ein Eisen machen. Meiner. Ja, ähm, wir erzählen einfach nicht, was wir in dieser Aufnahme gemacht haben, weil das ist ganz leicht zu sagen. Wir haben Scheiße gemacht, wir haben ein bisschen was gebaut über der Höhle, wir haben ein bisschen was gebaut in der Höhle, wir haben ein bisschen was abgeschlachtet in der Höhle, wir haben ein bisschen was gestorben in der Höhle, wir haben uns ein paar Mal aus- und wieder eingeloggt in der Höhle. Richtig, ja. Ja, jetzt würde ich sagen, das war's mit meinem Schlusswort, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, nächsten Aufnahme oder beim nächsten Puffbesuch. Hä, ähm, ja, Puffbesuch kann ich mich nicht anschließen, aber wir sehen uns in der nächsten Folge, das war's auch dann von mir, Mann hört sich. Tschöö